Heute bauen wir einen richtig coolen Konfetti-Button. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial. Heute geht es um JavaScript und wir werden hier eine Library benutzen. Also wir werden heute nicht viel selbst bauen, sondern wir werden eine richtig coole Library einbinden und zwar um einen Konfetti-Button zu bauen. Was das Ganze bedeutet, gucken wir uns gleich in der Demo an. Das ganze Video ist eher an Anfänger gerichtet. Wie gesagt, wir werden nur eine Library einbinden. Ich werde ein bisschen erklären, wie man sie nutzt, aber mehr machen wir nicht. Wenn ihr Fragen oder Probleme zu diesem Video habt, oben in der Videobeschreibung steht ein Liscot-Link. Da könnt ihr der Community joinen, Fragen stellen, Fragen beantworten oder euch mit gleich gesinnen austauschen. Ansonsten legen wir jetzt los. Viel Spaß und auf geht's! So und los geht's mit unserem heutigen YouTube-Tutorial. Wie immer eine Live-Demo. Natürlich findet ihr das Ganze unten in der Videobeschreibung verlinkt auf CodePen. Aber sonderlich viel zu sehen gibt es heute gar nicht. Es ist nur ein Button und wenn ich hier drauf drücke, springt da oben Konfetti raus. Das Ganze ist ziemlich cool, einfach nachzubauen und wir werden damit jetzt direkt loslegen. Da wir diesen Button natürlich nicht selber bauen, brauchen wir irgendwo eine Source. Diese ist hier unten in der Videobeschreibung. Das ist auch der Link zu der GitHub-Seite. Wie immer, wenn wir Sachen von anderen benutzen, hinterlasst hier einen Star und vielleicht einen Kommentar. Das freut die Entwickler und man sollte immer Dankbarkeit zeigen für Sachen, die man gratis nutzen darf, wo definitiv eine Menge Arbeit reingeflossen ist. Wie nutzen wir das Ganze? Wir installieren das. Dazu kopieren wir uns diesen Code, einfach npm install minus minus save canvas confetti. Das kopieren wir uns jetzt und gehen mal in unsere Entwicklungsumgebung und den Rest gucken wir uns dort an. So, wir sind hier in meiner Standard-Entwicklungsumgebung. Wie immer seht ihr hier an der Seite Chrome. Hier ist Visual Studio Code und in der Videobeschreibung ist auch ein Link zu meinem Basic-Web-Setup. Da wird das alles erklärt, was das hier bedeutet und wie das alles funktioniert. Was wir machen, wir kopieren uns jetzt unseren Code hier rein, also npm install minus minus save canvas confetti, drücken Enter. In dem Moment wird das alles installiert und können jetzt loslegen, unseren Button einzubauen. So, das Erste, was wir natürlich machen, ist in unsere Index-HTML einen Button zu erstellen. Dieser Button bekommt von mir eine Klasse, nämlich party minus button. Wenn ich den erzeugt habe, füge ich noch ein Label namens party mit einem kleinen Party-Emoji ein, speichere das Ganze ab und wir sehen hier an der Seite schon unseren Button. Natürlich passiert jetzt noch nichts, wenn ich drauf drücke, dafür brauchen wir JavaScript, aber erstmal gucken wir, dass unser Button ein bisschen netter aussieht. Deswegen switchen wir mal kurz in unser SCSS-Part. So, angekommen in unserer SCSS-Datei müssen wir natürlich unsere Klasse ansprechen. Dafür sage ich Punkt und party minus button. In dem Moment kann ich das Ganze stylen. Ich sage hier zum Beispiel background color CI red. Damit mache ich einfach nur die Hintergrundfarbe unseres Button rot. Gut, sorge dafür, dass wir ein bisschen Padding haben, nämlich ein Rem nach oben, zwei Rem nach links, 1.2 Rem nach unten und zwei Rem nach rechts. Außerdem mache ich die Schriftgröße ein bisschen größer. Sagen wir mal einfach 2 Rem, also 20 Pixel und machen die Hintergrundfarbe unseres Buttons dunkel. Das mache ich bei mir mit der Farbvariablen Second. Außerdem wollen wir runde Ecken. Deswegen sage ich Border Radius 1 Rem. Und in dem Moment kann ich auch den Cursor setzen, nämlich auf Pointer. Wir wollen ja, dass ein Click-Event für den Nutzer ersichtlich wird. Außerdem sagen wir transition, in diesem Fall all und ease in out, damit wir so eine kleine Timing-Funktion haben und machen das Ganze auf 250 Millisekunden. Was wir jetzt noch brauchen, ist ein kleiner Verweis auf einen Mouse-Over-Effekt. Und sagen hierfür einfach mit Transform und Scale und hier 1.2, dass wenn wir mit der Maus über unseren Button gehen, dass dieser größer wird. Wenn ich jetzt hier drüber gehe, sehen wir, unser Button wird größer und hat jetzt eine Hintergrundfarbe, ein Emoji und eine Schriftfarbe. Damit sind wir auch schon fertig mit unserem Style-Part und können jetzt zu dem eigentlichen Button übergehen. So für unseren Button bzw. für den eigentlichen Code bin ich natürlich jetzt in unserer Main JS. Und hier müssen wir als erstes etwas importieren, nämlich Konfetti und sagen hier from und von wo wollen wir das importieren? In diesem Fall Canvas Konfetti. Das wird uns auch schon direkt vorgeschlagen und mehr müssen wir hier erstmal gar nicht tun. Das nächste ist, wir definieren unseren Button. Das machen wir über die Definierung einer Konstanten und sagen hier document. Und dann querySelector und sprechen hier unsere Klasse an, also party-button. In dem Moment können wir hier mit der Variablen Button ein Event erstellen. Das machen wir über Event Listener. In diesem Moment sage ich, wir wollen gerne ein Klick-Event ansprechen. Sobald wir das tun, müssen wir natürlich unser Event übergeben, damit wir auch wissen, was da drin passiert. Und definieren uns hier als erstes mal unser Target, also das Element, auf das wir geklickt haben. Das machen wir, indem wir sagen Event Punkt und dann Target und sagen hier aber direkt Get Bounding Client Rectangle. Wer das nicht kennt, das ist eine JavaScript-Funktion, die uns jetzt zurückgibt, nämlich die X- und Y-Position. Ich sage hierfür mal Console.logTarget. Und wenn wir uns das Ganze hier angucken, ich hier die Konsole öffne und die mal unten hin positioniere. Ich klicke auf den Button. Dann kriegen wir hier jetzt Bottom, Hide, Left, Right, Top, Width und X und Y zurück. Warum das Ganze wichtig ist, erkläre ich gleich. Prinzipiell, wenn wir hier draufdrücken, passiert noch nichts. Wir erzeugen noch kein Konfetti und nichts. Das ist aber auch nicht weiter tragisch, weil wir erstmal die Mitte unseres Buttons bestimmen müssen. Weil standardmäßig erzeugt Konfetti oder wird das Konfetti einfach über eine Funktion erzeugt, die sich, wie da oben auch schon steht, Konfetti nennt. Die erwartet von uns ein Objekt. Dieses Objekt kann zum Beispiel Particle Count umfassen. Wir sagen zum Beispiel 150, also wie viel Partikel wir abschießen wollen. Wir können den Spread definieren, sagen wir mal 60. Unten in der Videobeschreibung, wie gesagt, in der GitHub-Page findet ihr auch jede Menge andere Variablen. Wir können auch sowas wie Engel, also in welcher Richtung quasi der Spread abgefeuert wird, könnt ihr alles festlegen. Was ich persönlich ganz cool finde, ist, man kann die Farben der einzelnen Konfettis festlegen. In meinem Fall sage ich hier meine drei Standardvariablen. Und was ganz wichtig ist, weil wenn ich das so abspeiche und wir hier draufdrücken, sieht man, es funktioniert eigentlich schon, aber nicht so wirklich. Weil wenn wir mal kurz in meine Style-CSS switchen und hier unserem Button zum Beispiel einfach mal eine Position geben, nämlich Absolute und sagen hier Top 70%, dann rutscht unser Button nach unten. Ich drücke hier drauf, aber das Konfetti wird von der Mitte aus abgefeuert. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ja, dass unser Button quasi der Ausgangspunkt ist. Und das müssen wir definieren, indem wir hier etwas mitgeben. Und zwar müssen wir unserem Konfetti Origin mitgeben. Origin erwartet ein Objekt mit Y und X. Diese beiden Werte müssen wir definieren und die erwarten von uns Prozent. Standardmäßig ist hier 0.5 und 0.5. Wenn ich hier zum Beispiel 0.1 mache und ich hier draufdrücke, dann ist das Konfetti hier oben. Wenn ich da zum Beispiel 0.9 mache und hier 0.5, dann ist es in der Mitte hier an der Seite. Das heißt, man kann damit festlegen, wo das Ganze passiert. Wir wollen natürlich, dass es genau auf unserem Button passiert. Hierfür müssen wir hier oben jetzt natürlich die Position unseres Buttons bestimmen. Aber die Position unseres Buttons würde ja diese Ecke benutzen. Wir wollen aber hier in die Mitte. Deswegen brauchen wir die halbe Höhe und die halbe Weite. Und dafür definieren wir uns eine Konstante. Diese heißt HalfWiz und bezieht sich einfach auf Target.Wiz durch 2. und natürlich eine weitere, die nennen wir Half Height und sagen hier Target.Height durch 2. In dem Moment haben wir diese beiden Werte bestimmt und können jetzt weitergehen, indem wir hier sagen, die X-Position berechnen wir, indem wir sagen Target.X plus unsere halbe Höhe. Ne, stimmt gar nicht. Unsere halbe Weite müssen wir hier bestimmen. Whiz durch und dann Window.InnerWiz. Darüber können wir jetzt quasi genau die prozentualen Wert unserer X-Achse bestimmen. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, ist das halt genau in der Mitte, weil es ist hier genau in der Mitte. Und das müssen wir jetzt einmal kopieren, um den prozentualen Wert unserer Höhe zu berechnen. Und müssen natürlich hier die Höhe benutzen, die Y-Position und nicht die Whiz, sondern die Inner Height unseres Fensters. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, ist genau unser Button der Ausgangspunkt dieser Konfetti-Kanone. Und wir können auch über diese Hilfsmittel die Konfetti-Kanone überall auf der Seite abfeuern, wenn ihr das beispielsweise hinter einem Pop-Up oder so machen möchtet. Es gibt aber noch eine Sache, die wir uns angucken müssen. Und zwar seht ihr hier, wenn ich Elements aufmache, unseren Party-Button und ich hier drauf drücke, dass ein Canvas erzeugt wird. Dieser Canvas ist genauso groß wie die gesamte Seite und verschwindet, sobald das letzte Konfetti-Partikel nicht mehr sichtbar ist. Dieser Canvas kann, je nachdem wie ihr das einbindet, versteckt sein, kann hinter einem Menü sein, hinter eurer Seite, kann durch irgendwas verdeckt werden und sowas in der Richtung. Da müsst ihr dran denken, ihr könnt den Z-Index dieses Canvas verändern, aber da müsst ihr einfach dran denken und auch, dass während der Konfetti-Kanone eure Seite nicht klickbar ist, weil das Konfetti in der Regel über den Elementen liegt. Das heißt, wenn ihr irgendwie einen Close-Button oder so habt, um das Pop-Up mit dem Konfetti zu schließen, dann sollte dieser Close-Button Z-Index technisch über dem eigentlichen Canvas liegen. Das ist einfach so ein kleines Feature, was man berücksichtigen muss. Aber ansonsten viel Spaß beim Einsetzen und vergesst nicht ein Like für den Entwickler, der dieses wirklich, wirklich coole Plugin gebaut hat. So, das war's schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme oder Kritik habt, findet ihr dort jede Menge Social-Media-Links oder Amazon-Affiliate und andere Partnerseiten, wo ihr diesen Channel supporten könnt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dahin, viel Spaß.